Das ist einmal das HTC Radar in weiß, also selber weiß. Das ist das neue Windows Phone 7.5. Also allgemein die neuen Highlights, das neue Software natürlich von Windows Phone. Es haben in etwa 500 Updates stattgefunden. Also 500 Sachen, die verbessert wurden. Ein paar kleine, ein paar große Sachen. Das Telefon an sich ist hier ausgerichtet an, also es ist hier so ein Social Network Telefon, das heißt Leute, die in Facebook, Twitter, LinkedIn unterwegs sind. 5 Megapixel Kamera hinten und 1,3 Megapixel Kamera vorne. Besonders bei dem Telefon ist die neue Panoramaaufnahme. Allgemein Windows Phone hat das sehr gut gelöst mit dem Kamera. Das heißt, man muss nicht im Menü suchen, sondern einfach zeitlich auf den Button drücken. Und schon ist man eben Kamera drin. Und dann Panoramashoot. Einfach darauf achten, dass die beiden weißen Linien übereinander sind und dann... Wir hatten hier leider nicht zu viel Platz, aber ich kann Ihnen ein Bild zeigen, was ich heute Nachmittag rausgenommen habe. Auf jeden Fall sehr schöne Bilder, wo man ein bisschen mehr drauf hat. Ansonsten, was extrem optimiert wurde, wo ich selber sehr, sehr überrascht war, weil ich das HTT Trophy privat benutzt habe. Und ich habe auch mal mit dem Telefon die Sprachsteuerung getestet und hatte heute die Gelegenheit, die Sprachsteuerung mit dem Headset zu testen. Und das funktioniert wirklich super. Also SMS an Heike schicken mit dem Inhalt Hallo Heike, wie geht's dir? Und dann senden und das hat wirklich beim ersten Versuch sofort funktioniert. Ansonsten 8 GB interne Speicher. Die Kamera ist 5 MB. 512 MB Arbeitsspeicher. Ja, das sind jetzt so die technischen Daten. Also wasdt mehr? Ansonsten 8 GB billions. 5 MDR. 50 MDR. 46 MDR. 45 MDR. Bis zum nächsten Mal.